Heute möchte ich mit euch mal wieder eine schon längst geschlossene Brennerei probieren. Und, oh Wunder, oh Wunder, es ist kein Imperial. Ich habe hier einen Pity wegstehen. 30 Jahre aus dem Special Release 2020 von Diageo. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Pity wech, spricht man es angeblich, habe ich mir sagen lassen. Geschrieben Pity weich. Ist jetzt nicht eine wirklich alte Brennerei. Gegründet 1974, Produktion aufgenommen 1975. Jetzt muss ich mal meine Karte nehmen. Das Ganze unter Arsabelle & Sons. Die brauchten, so habe ich erfahren, mehr Kapazität. Vor allem wohl für ihren Belzblend. Die Brennerei ist in dem Sinne angrenzend zur Mordlachbrennerei entstanden. Und die haben wohl auch für die abgefüllt, in die Fässer, haben es gelagert. Und das Ganze ging aber nicht wirklich lange, denn 1993 war schon wieder Schluss. In der Zwischenzeit ging das dann auch, sag ich mal, so ein paar Fusionen später. Dann war es irgendwann Diageo oder ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit schon so hießen, United Distillers oder sowas. Aber ist auch alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall 1993 wieder stillgelegt und 2003 abgerissen. Tja, traurig, traurig. Ich habe nicht viel gefunden. Aber ich habe von Horst Lünning mir, da er einer, ich glaube, er ist der Einzige, der, der, diese Abfüllung hat er nicht gehabt, aber der überhaupt Pity Wechs hatte, ja, mit deutscher Sprache. Und er sprach da in dem Video, dass das eine experimentelle Brennerei gewesen wäre. Habe ich bei Wikipedia und ja, ein paar anderen Quellen überhaupt nichts zu gefunden. Ich möchte das aber jetzt nicht leugnen. Also ich kann euch nicht sagen, was wahr ist. Vielleicht haben sie erst normal für den Bells Blend produziert und die letzten Jahre unter United Distillers, dass da ein bisschen rumexperimentiert wurde. Er hier ist von 89, also ja, so im letzten Viertel der Brennerei-Geschichte. Ob das schon ein Experiment ist oder ob der hier noch normal gefertigt ist, was sie auch experimentiert haben. Also stelle ich mir alles sehr, sehr kompliziert vor, denn wenn sie permanent experimentieren, dann habe ich ja permanent andere Whisky-Geschmecker. Bei der Whisky-Base, es gibt Abfüllungen, so ist es nicht, von unabhängigen Abfüllern. Aber da kommen keine 20 Seiten, so wie bei manch anderen Brennereien, sondern es ist fast überschaubar. Diageo hatte sie jetzt dreimal in Folge bei den Special Releases dabei. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dieses Jahr 2021 haben sie keinen. Letztes Jahr hatten sie ihn hier. 30 Jahre, ja, First Phil Ex-Burbon-Finish oder irgendwie sowas. Finish in Bourbon-Casks, so steht es drauf. 2019 war ein Finish in Cherry und 2018 war eine, ja, sozusagen eine Vollreifung. Ich glaube, in Hoxheds und Ex-Burbon, wenn ich nicht lüge. Und dann waren sie auch immer ein Jahr jünger, also 29 und dann 28 Jahre. 50,8 Volumenprozente, Flasche kriegt man für 390, 420 Euro, so in dem Preisspektrum. Nein, das ist nicht günstig. Was ich allerdings interessant finde, wenn man sich bei so manchen großen Händlern nach Alter oder, sag ich mal, 30 Jahre vorgibt und die Preise sortiert, fällt leider Gottes mittlerweile auf, wenn ich jetzt von Originalabfüllungen ausgehe, dass dahinter wesentlich mehr kommt als davor. Also es gibt welche, die sind günstiger, 30-Jährige, sind dann aber wirklich nur eine Handvoll und die sind dann zum Teil auch runterverdünnt. Und ich denke, das hier ist eine Faschstärke. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drum streiten. Aber ich finde jetzt nicht, dass man hier den Oberhammer-Aufpreis dafür zahlt, dass es eine schon geschlossene Brennerei ist. Gut, es ist irgendwie auch eine Brennerei, die irgendwie keine Geschichte hat. Also ich, aber den Sammlern geht es ja behaupte ich mal einfach darum, Hauptsache selten. Mal gucken, wie oft sie jetzt hier von Diageo noch da was raushauen. Bei Johnny Walker habe ich da auch was zugefunden. Die haben ja manchmal auch solche Johnny Walker, ich glaube dann vom Blue Label, solche Abfüllungen, wo auch dann immer mal wieder schon längst geschlossene Brennereien drin verschnitten werden. Okay, so weit, so gut. Nochmal die Karte checken. Ich glaube, nichts vergessen. Ne. Okay. Ja. Was erwarte ich? Irgendwie. Ich weiß es nicht. In Space Hider, ne? 30 Jahre. Könnte doch was Schönes sein. Es wäre natürlich cool, wenn man alle drei Special Releases an einem Stück hat. Praktisch die Vollreifung, dann ein Sherry Finish, oder ich würde ja den fast hier eher vorziehen. Und dann ein Sherry Finish. Farbe blende ich euch ein. Es steht nichts von Färbung drauf. Generell färbt Diageo, aber bei den Special Releases, wenn man sich den Talisker acht Jahre anguckt, den Lager wohl in zwölf Jahre, da ist nichts gefärbt. In meinen Augen, in meiner Welt. Und wenn er 30 Jahre ist und hat dann nochmal ein Finish bekommen, denke ich, dass diese Farbe auch original ist. Drei Sachen hatte ich jetzt als erstes in der Nase. Eine klassische amerikanische Eichenwürze für 30 Jahre. Dementsprechend, ich habe ein bisschen das Gefühl, er kommt etwas frischer rüber. Vielleicht durch das Finish, dass dann eben noch ein bisschen frische Eiche mit reingegangen ist. Dann eine Spur Honig. Und dann topische Fruchteindrücke. Die Früchte sind so leicht säuerlich, nicht vollreif, aber man hat eben eine Honignote dabei. Mango. Papaya. So ein bisschen Banane. Honig. So eine leichte, leichte, wie soll man das sagen? Er kommt nicht erdig rüber oder so, aber er ist irgendwie so leicht mineralisch, finde ich. Dahinter baut sich jetzt immer mehr, je mehr ich rieche, eine starke Vanillenote auf. Was, denke ich mal, dem Finish geschuldet ist. Der Alkohol ist deutlich in der Nase zu spüren. Mit der Honignote und dieser Fruchtkomponente könnte man auch noch von einer, also wirklich von einem gut gereiften Apfel sprechen, der eben auch dann noch so einen ganz leichten, säuerlichen Touch hat. Also da möchte ich nicht von unreif sprechen, sondern dann doch volle Aromen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich ein bisschen gedreht hat oder ob ich einfach nur gedanklich irgendwo anders hindrifte. Kommt auch so ein bisschen auf die Entfernung an. Als erstes Honig, Vanille. Wenn ich dann weiter rangehe, kommt der Apfel. Gehe ich noch weiter ran, wird es irgendwie... Das Holz geht weiter zurück, wird es dann aber doch ein bisschen holzig und tropisch. Ich habe jetzt natürlich überhaupt gar keinen Vergleich. Es gab davon vor langer, langer Zeit einen Flora und Fauna. Ich meine mit zwölf Jahren. Habe ich jetzt auch nur mitbekommen, weil Horst Lünding, der tauchte da auch bei auf. Aber so ein uraltes Video, ich habe jetzt nicht reingeschaut, aber war noch seine alte, sozusagen sein erstes Studio. Und das fände ich natürlich schon cool, wenn man da jetzt so einen hätte mit zwölf Jahren. Das fände ich ja noch interessanter als jetzt hier diesen 30-Jährigen, weil dann würde man ihn so richtig standardmäßig erleben. Das wäre vielleicht mal eine Flasche, die... Ich weiß nicht, wo die liegen, wenn sie jenseits von fern aller Liefen sind. Aber das wäre mal so eine Flasche, wo ich sagen würde, Mensch, die mal in einer Whisky-Auktion ersteigern für ein Video. Das könnte ich mir vorstellen, sage ich es mal so. Ich finde dieses Finish hier nicht wirklich aufgesetzt. Diese Eiche kommt etwas kraftvoller rüber und die hat so einen ganz leichten, jüngeren Einfluss. Aber dadurch wirkt er jetzt nicht jugendlich oder so. Er wirkt dadurch auch nicht überladen oder irgendwie, naja, dass es ablenkt. Mit dem Sherry-Finish, ich weiß ja nicht, wie stark die das da 2019 hatten, könnte ich mir für den Eindruck, wie ich ihn jetzt habe, schon zu viel des Guten vorstellen, ohne diese Abfüllung jemals im Glas gehabt zu haben oder sie schlecht machen zu wollen. Aber da bin ich mit dem hier schon gerade glücklicher. Und wie gesagt, die Vollreifung, also sage ich mal, den Sherry könnte ich fast noch außen vor lassen, aber den 18er hier mit, zusammen mit dem 2020er? Fände ich spannend. Generell erinnert es mich aber schon an Spacesider. Und ich hatte ja vorhin Imperial gesagt. Nicht eins zu eins, so meine ich das nicht. Aber es geht in die gleiche Richtung. Von Experiment merke ich jetzt hier nicht. Wie gesagt, ich weiß auch jetzt nicht, was man dann da jetzt experimentiert hat. Oder falls die das gemacht haben oder ich es einfach nur falsch verstanden habe. Aber es riecht für mich relativ schottisch. Space-Side-mäßig. So. Mmh. Ich vertünne ihn vielleicht gleich mal. Das war jetzt auch mein erster Schluck. Er schmeckt nicht nur deshalb, sage ich das jetzt. Er schmeckt irgendwie grün. Ja, er hat ein junges, altes Fruchtaroma. Er erinnert mich an was genau? Jetzt kommt am Ende wieder die Süße mit dem Honig. Es sind auch leichte Kräuter drin. Aber, tja, weiß der Kuckuck was für welche. Aber ich hatte eine wirklich, also das fand ich nicht normal. Das hatte ich noch nicht. Es hat mich an, er war so leicht scharf. Es hat mich so ein bisschen an, hatte ich jetzt so eine Erinnerung an Wasabi. Der ist ja grün. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, wie wenn man so eine Weide, so einen frischen Trieb und wenn man den mit, haben wir früher als Kinder oft gemacht, mit dem Taschenmesser, dann die, die ist ja fast schon gar keine Rinde, eher so eine Art Haut ab und darunter ist, dann ist es feucht und dieses grünliche Holz oder diese Rinde von der anderen Seite, daran hat es mich erinnert. Ich habe das nie gegessen. Aber ich hatte es nicht in der Nase, aber jetzt im Abgang. Jetzt kommt das Holz anders rüber, wo ich ihn im Mund hatte. Nach hinten macht es so ein bisschen auf, wie so eine leichte Schokopraline, Vollmilchpraline, so ein bisschen Trüffelgeschmack dabei. So in die Art. Nehmen wir ihn nochmal. Der hat so einen scharfen Punkt und der ist dimmbildlich so ein bisschen grün ummantelt. Also ich wüsste nicht, dass ich einmal, also schon mal Wasabi gesagt habe. Ganz am Anfang, in meiner Whisky-Zeit dachte ich immer noch, Mensch, die sind irgendwie, der Schaf, der ist nicht scharf oder der hat einen scharfen Anteil. Dann wusste ich noch nicht so, dass man das nochmal differenzieren kann. Aber hier, das wird am Ende dann wieder eingeholt von dieser Kräuternote, die ich in der Nase gar nicht hatte, mit Honig. Und jetzt fand ich es nicht mehr so, vielleicht weil jetzt nicht mehr diese Überraschung da war. Jetzt kam, wie gesagt, wieder so etwas leicht, leicht Weidenholzmäßiges, Weidenrindenmäßiges, Frische. Das Holz hier, würde ich behaupten, spielt sich hier vor allem durch das Finish aus. Wer weiß, was sie für Fässer da noch hatten, wenn sie die jetzt anfangen zu, ein Finish drauf zu machen. Ich meine, ist ja bei den Special Release Abfüllungen auch oft üblich, dass man einfach den guten alten Weg beibehält und jetzt nicht anfängt, einen Sherry-Finish zu machen, einen Ex-Bourbon-Finish. Aber ob sie meinten, das müsste sein? Sehr herausfordernd. Also das ist jetzt wirklich eine Abfüllung. Da würde ich noch sagen, da bräuchte ich so ein bisschen mehr Spaceside-Erfahrung, nochmal so 10, 20 Abfüllungen mehr, um die 25 bis 35 Jahre aus den verschiedenen Brennereien und dann immer schöne Hox-Head-Ex-Bourbon-Reifung, um da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Generell, wie gesagt, passt das für mich, aber er hat so ein, also mit der Spaceside, aber er hat irgendwie so ein paar Punkte da drin, die ich so noch nie in dem Whisky hatte. Wie gesagt, dieses Grünliche, dieses Wasabi, diese tropischen Noten, die ich in der Nase hatte, muss ich gleich nochmal auf den Grund gehen. Die sind jetzt so ein bisschen zwischen Holz und dieser grünlichen Note und dieser Schärfe, die jetzt nicht extrem ist, also nicht falsch verstehen. Ist ja manchmal ganz angenehm oder wenn es passend ist, ganz schön, so einen scharfen Moment. Und dann, also ich habe ihn auch immer noch im Mund, leicht, jetzt ist es kein europäisches Sherry-Fass. Deshalb habe ich mir so ein bisschen auch diese Abfüllung jetzt hier mal gegönnt, da ich relativ alte Sherry-Fass-Abfüllungen schon zu Genüge hatte. Und hier, ja, war es auf jeden Fall mal ein anderer Weg, ob das jetzt, also ich würde mir für das Geld jetzt niemals eine ganze Flasche in meiner Hausbar stellen, jetzt ganz, ganz im Ernst. Ich denke, das geht auch in die Richtung nochmal ein bisschen günstiger. Aber so hat man was Einzigartiges und kann irgendwann seinen Enkelkindern davon erzählen, ein Pitschi-Vech, Pitti-Vech, den habe ich mal getrunken. Und sie werden dich fragend angucken oder mich. Was? Ach, ich wollte ihn ja noch verdünnen. Ich nehme ihn aber nochmal so. Er wird im Mund, je länger man ihn hat, ein bisschen öliger, ein bisschen cremiger. Er hat jetzt im Mund, finde ich, eher noch hellere Früchte, als ich vorhin genannt habe. Diese Banane ist so ein bisschen weg. Bleiben wir bei unreifen tropischen Früchten. Zitrusfrüchte auch dabei. Dann kann man auch zu den Tropen zählen, aber die hat man irgendwie ja immer einzeln. Und wie gesagt, am Ende wird das wieder vereint von dieser Honignote und den Kräutern und diesem Holz, dem ich eben, ja, um so eine leichte Vorstellung zu geben, das ist jetzt kein... Das ist dann eher von mir aus auch wieder so eine Bergamotte oder wie es heißt, so eine leichte Note wie beim schwarzen Tee mit ein bisschen Pralinen-Einfluss. Ich habe ja, hatte ich ja eben so genannt. Ganz klein ein bisschen Wasser. Mal gucken, was er kann. Ob da nochmal was kommt. Ja, also er haut mich jetzt hier nicht gerade vom Hocker, dass ich sage, Mensch, wer kein Petit wegprobiert hat, der kann nicht mehr mitreden. Aber auf jeden Fall spannend. Wird bei mir im Gedächtnis hängenbleiben. Macht es die Brennerei jetzt zu was Besonderem? Ja, dadurch, dass sie verschwunden ist. Das ist natürlich so ein kleiner Angeberpunkt, wenn man da beim Whisky probieren erzählen kann. Oh, den hatte ich aber auch schon. Nein, also ich glaube nicht, dass einem irgendwas in seinem Lebenslauf fehlt als Whisky-Genießer, wenn man keinen Petit weg hatte. Aber es schadet auch nicht. Jetzt kommt wieder mir die Vanille in die Nase. Mit den Kräutern und der Honignote. Meine Banane. Ja. Und dann wird es wieder helltropisch. Aber ein bisschen mehr Vanille jetzt im Vordergrund. Und wie ich schon genannt habe, so irgendwie hat der so einen leicht mineralischen Eindruck. Eben hatte ich nicht mehr diesen grünen Moment. Jetzt kommt er verdünnt. Etwas anders wieder rüber. Nicht mehr so sehr scharf, aber irgendwie mein Weidenholz. Meine Weidenholzrinde. Wird dann schnell wieder eingefangen. Ja, er ist weder richtig süß, süffig, noch ist er säuerlich stark. Er hat vieles zusammen. Und ich glaube, wenn ich den das fünfte Mal probieren würde, wird er mir bestimmt immer noch andere Noten zeigen. Und wer weiß, wie er sich verhält. Also, ihr Pity-Wech-Fetischisten, teilt es uns mit in den Kommentaren, wenn ihr mal mögt. Vielleicht auch, wer das 2019er oder 18er Release hatte, vielleicht dazu mal was schreiben. Also, fände ich interessant. Günstiger werden sie bestimmt nicht mehr werden. Ich fand es aber auch auf der anderen Seite interessant, dass ich, wo habe ich denn die Info gesehen? Ich glaube, die 18er Abfüllung 2018, die war nicht wirklich viel teurer, als man jetzt noch den 20-Jährigen. Oder die war, glaube ich, auf dem selben Preisniveau. Und dabei sind ja in den letzten zwei Jahren die Preise so in den Himmel geschossen. Gut, ist keine aktuelle Abfüllung, gebe ich zu. Ist jetzt schon ein Jahr alt. Macht aber nichts. Schmeckt immer noch. Ich sag mal, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.